Hallo, wir sind das Team 5 und gehören zum Logistik-Team des Weihnachtsmanns und zwar haben wir von ihm den Auftrag bekommen, die Geschenke abzuwiegen, die in den Schlitten kommen, so dass er genau weiß, wie viel Last er eigentlich dann mit sich trägt. Und da Weihnachten schon bald vor der Tür steht, musste das schnell passieren. Deswegen haben wir im Lager ein wenig Geschenkpapier, Klebstoff und eine Nadel zusammengesucht und haben damit diese Präzisionswaage gebaut, wie wir euch gerne im Folgenden vorstellen wollen. Hier könnt ihr unsere Balkenwaage nochmal genauer sehen und um zu zeigen, wie sie funktioniert, werden wir jetzt diese Weihnachtskugel hier abwiegen. Dazu lege ich sie erstmal vorsichtig in die linke Waagschale und anschließend, wenn wir diesen Gewichtsatz, der auch nur aus Papier besteht, in die rechte Waagschale legen. Wir haben hier einmal 2,5 Gramm, dann 2 x 1 Gramm und wir sehen schon, da tut sich was. Dann haben wir noch 0,1 Gramm und zuletzt 0,25 Gramm. Wie wir sehen, ist die Waage jetzt ausgeglichen und wir wissen, wie viel die Weihnachtskugel wiegt. Danke fürs Zuschauen und bevor ihr geht, könnt ihr gerne noch einen Like und einen Kommentar da lassen und auch gerne noch ein Follow. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön und Tschüss! Dankeschön und Tschüss! Vielen Dank.